willkommen zurück zu final doom ich muss einfach weiter zucken ich will wissen wie die level sind ich habe beide level geschafft ohne in der guide zu gucken also die ersten zwei wir sind jetzt beim dritten gott und sobald ich hier auf drücke was wird passieren ich werde angegriffen okay siehste wusste ich doch von wo gott da ein schuss er hat vorher schon was abbekommen denke ich mal treffe ich den jane jetzt ist er nur noch pixel gott wo es ist er weg na gut muss ich jetzt runterspringen hier sind doch auf jeden fall feinde kann ich darüber aber ich kann ja warte mal wie waren dass du konntest doch irgendwie rennslein war dort das wo ich direkt im ersten level vom zweiten teil hin schwierig ach komm runter wie kann ich denn jetzt mal vergessen wo man schießt ich finde es aber halt auch merkwürdig das schießen auf dreieck ist bisher läuft es gut bin jetzt auch nicht mal so sauer dass die schwierigkeitsstufe runter gestellt wurde ich bin bloß sauer hast du dass die framerate voll für den po ist da ist auf jeden fall hier das andere vieh ist ja noch keinen schaden genommen oder ja doch direkt vom ersten gegner ist denn das hier wisst ihr woran mich das erinnert an die drehregler von der heizung vielleicht kannst du auch die temperatur des levels einstellen 30 grad und sonne wo habe ich denn jetzt schon wieder schaden bekommen das war ja das war richtig schlecht so wo ist denn das andere viel ja anscheinend nicht ich höre ihn doch und er ist doch hier auf die treppe runter gott wo bin ich denn so es fährt runter gewöhnt aber vielleicht war es der den ich hier mit gegrillt habe guck ich erst mal da oben lang komm wir rennen mal hier hoch weil guck mal da hinten ist die tür aber hier komme ich glaube ich so erst mal nicht rauf wo kommt weil was ist der weg kann der mir schaden machen und ich ihn nicht oder was halt das gehaut aber auch nicht hin ist jetzt gleich das signal hier an hier stimmt doch was nicht wo kommst du die besiege ich vorher sonst habe ich nachher probleme aber wo kommen die her das ist jetzt wirklich das nennt man munitions verschwindung ich hoffe der schießt nicht kommt der eigensäue aha warum treffe ich denn nicht bestimmt die framerate immer die framerate so einer noch ne ne beide anscheinend alle uuuhu ok soweit ich grill dich jetzt das reicht mir der liegt den anderen lege ich jetzt auch nochmal schlafen das war eine reaktion wahnsinn ja komm jetzt täuscht er aber jetzt spielt er aber mit mir ich habe gerade auf meine munition 64 ok alles alle gut na gott was dann bin dann aber auch volle kann da runter ja eben ist ein bisschen besser geworden müssen wir gestehen ich wusste doch da kommt einer wir von der anderen seite auch ne ok bisher glück gehabt oooh framerate und grafik fehlt jetzt weiß ich wie ich mich früher auf ein gameboy gefühlt habe playstation ist schon das beste das ist aber richtig also da muss ich sagen richtig schwach oh Mist hinter mir ne das ist ja fast movement was ich habe das selte das gute bei 3 fps kannst du halt nicht so die fehler machen oh Gott oooh ich sehe nichts das haben sich die leute 93 gefühlt ok sehr schön multi kill aha bevor du mir noch probleme machst ist jetzt hier gegrillt wollt ihr noch irgendwas? guck mal wie schnell er sich dreht Wahnsinn sind das hier wieder für Geräusche sind das da oben Gegner? haben wir überhaupt noch krassere Gegner oder wurden die auch eingespart? oh wir haben ja schon ne rote Karte nö ich geh aber trotzdem erstmal hier und gucken merken wo sind wir? aha ein Joysticker hier auch noch nicht benutzen kam wahrscheinlich in Amerika wesentlich früher raus warte mal müsste ich es sogar hier haben ist das da oben Gegner? macht der gerade Liegestütze? äh naja ok kam schon Juni 1996 raus und halt in Europa erst im Oktober 97 ja ok das erklärt das alles ein bisschen aber aber nicht ganz das Downgrade von Doom 2 geil pro Gamer von hier kommen wir sieht so aus als geht es da irgendwo hin so hier ist auch ne rote Tür ach so vielleicht hätte ich das umgehen können interessant ok hier waren wir warte hier war es vorher schon da? kommt mir neu vor wo habe ich denn schon wieder Schaden bekommen? spannt hier so 5 FPS oh ok das war Verschwendung ja 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 ich will aber wieder shotgun wann ist meine Muni alle? haha ne ok das jetzt aber Pistole wär so ein bisschen wer weiß wer weiß erstmal ein bisschen safe. Vielleicht können wir damit weit entfernte Gegner ausscheiden. Treffe ich die Kisten nicht von dir oder was? Da ist ja eben einer rumgestiefelt. Da, guck mal. Zur Seite lehnen bitte. Uh, okay. Bist du weg? Ist da jemand neben mir? Ist die Tür zu? Ne. So viele Fragen, ey. Ne, ich glaube, ich treffe ihn gerade noch nicht. Na, kommt doch. Schön, dass wir nicht nachladen müssen. Okay, das wird mir jetzt hier zu langweilig. Wir gehen weiter. Vielleicht bei Erpistole oder? Ich weiß es nicht. So, hier unten wird es definitiv auch noch was geben. Suche Shotgun Muni. Laun haben wir noch nicht. Ah, da ist jemand. Wird. Von unten. Okay. Ja, der ist entspannt. Der backt wieder rum. Ah, nicht ganz. Wahnsinn, wie viel Pistolen schüsse du für den brauchst. Kann ich auch gedrückt halten? Ja, kann ich auch. Cool. Verreckt doch einfach. Ah, war sein letzter Schuss. Oh, Shotgun. Warum hat der wieder automatisch auf den gewechselt? Hm, wenn dann die. Ah, ist mir zu wenig Schuss. Ne, dann bleiben wir hier bei der. Jetzt den Waffe 1. Ah ja, okay. Kurz mal angeworfen. Komm ich aber nicht runter. Na, auf auf mich zu schießen. Das ist unfair, wenn ich nicht auf die schießen kann. Ne. Dann müssen wir zu einem anderen roten Tor anscheinend. Und das war... Clips. Ja, okay. Die haben alle... Haben die Pistolen, Muni? Haben die nicht mit der Shotgun... geballert? So, warte mal. Wo war er? Hier war es, ne? Ja. Sehr gut. Ich... Natürlich. Ich denke mal, die wollen mich verkackeiern und deswegen gucke ich in die andere Richtung. Und, äh, das ist nicht clever. Ich will mal Nachnamen. Ich höre Sachen. Rocket? Ah, okay. Ich dachte, das wäre auch Deko. Kannst du ja gar nicht so richtig rumsliden, weil einfach die Framerate so kacke ist. Da. Hm? Hier war doch aber einer unten. Okay. Dann neuntlich. Ah, wenn es jetzt die Waffe gibt. Ah, bleibt da oben. Gibt es hier noch was? Ne. Hallo, blaue Karte. Ich wollte nur mal sagen, ich komme bisher ohne Zwischenspeichern aus. Kennt er gar nicht von mir. Okay, den haben wir. Ja, okay. Dann können wir zurück. Dachte, hier wäre noch irgendwas, aber scheint mir nicht so. Hätte natürlich auch, glaube ich, obendrauf springen können einfach. Ja. Wupp. So, und hier ist doch gleich auch, ne, oben war es blauer. Wo kommt ihr denn alle jetzt her? Ich wusste es, dass ich gleich die Dinger hier abbekomme. Ich treffe aber schon, oder nicht? Knappes Ding. Was erst mal, wenn ich den hier oben wegnehme? Oh Gott. Dämlich ey. Wirklich dämlich. Okay. Ich rege. Okay. 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 sehr schön läuft so dass im anzug mit dem kann ich hier schwimmen gehen ich würde ihn bloß jetzt erstmal nicht nehmen schwierig weil ich ja noch gar nicht weiß ob ich nicht nachher irgendwo hin muss und dann müsst ihr schnell alles absuchen oh ne ok schwierig hätten die eigentlich auch die fässer abbandern können das hat mich geschockt sieht auch gut aus leben und alles zeig mir was du hast ich höre hier ein großes monster ich hoffe es nicht hinter mir habt ihr shotgun muni ne clip ich fahr halt besser mit der pistole als ich dachte bis jetzt komm doch hab ich ihn getroffen ich denke fast schon ist er tot und wo da oben oder was da oben hat sich was bewegt ich kann sagen wie viel fressen die denn ja weil nur pistole doch echte trotzdem läuft ein bisschen einfacher ich wollte aber nicht runterfallen ich höre was was vielleicht hat er eben da rum gebrüllt be me up scotty dankeschön ich bleibe auch schon bei der pistole im programmer da ja komm her ah ok der hat mich erwischt dann wäre ich doch gar nicht los mit der pistole oder nein die tür ist zu warum ist die tür zu mach doch auf lustig ja man kann sich das leben auch schwer machen wir haben eigentlich bestimmt schon ich meine wir haben auch genügend waffen und eigentlich könnte ich die auch mal benutzen ja warum nicht das jetzt werden wahrscheinlich nur noch mensch ist dastehen gibt es ja nicht was schönes aber noch nicht höre etwas 20 mal muni das wundert mich hier stark vielleicht war es ein böser mensch und der gehörte eingesperrt muss man es merken was bist du denn wirst du liebst noch der hat schiss der hat richtig also der hat muffensausen hat sich nach einer sterbe ja amateur was seid ihr hier nix ich würde nicht wundern wenn hier irgendwo ein schalter versteckt ist nix scheint mir nicht so ok was kann ich denn hier machen ist das so vielleicht kannst du das handy drunter aufnahmen machen was hat war die gegnerleiche die mich gerade irritiert hat geht gar nicht ja framerate gott ist jetzt hier echt nur noch äh 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 diashu love it so das wird eine funktion haben sehe schon dass wir gleich zurück müssen und den den anzug mitnehmen kein schalter vergessen shotgun liebe es ey shotgun ist die beste waffe kentensinger hat style aber shotgun ist schon cooler wo ist denn das da das kennt man auch aus den anderen teilen aber nicht mehr sicher war das hier gerade unten gut aber siehst du also die hatte ich noch nicht gegrillt yellow key mhm 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 vielleicht den da ja gut wäre natürlich schwierig gewesen hat man die vorher nicht mit aus dem spiel genommen komm ich hier aber auch nicht raus na klar sehr schön passt eigentlich würde sagen ja sind jetzt bei 23 minuten noch was ich würde sagen machen wir hier schluss weil passt ja weil gerade die mission vorbei ist canyon finisht sehr schön ich meine das macht wie nach spaß ist halt doom ne ich finde doom geil aber trotzdem zweifle ich ein bisschen an dem spiel mal sehen wie die nächsten level aussehen so was dort geschaffen wurde die level konstrukte und alles sind bisher finde ich super motivierend ähm und noch nicht zu schwer noch nicht zu verwurzelt ich bin aber gespannt wie das weiter geht wie gesagt die schwierigsten level haben sie ja wohl rausgenommen und einige äh gegner entfernt ja wir sehen uns gerne im nächsten part schönen abend euch noch bis dahin so 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 Vielen Dank.